ja willkommen bei der nächsten folge bei world world z ich habe lust wir haben in der ersten folge ist ja nicht geschafft die erste mission zu spielen jetzt versuchen wir tun es beim zweiten mal co-kampagne öffentlich auch schwer eingestellt auf normal digi ja auf normal ok zwei totenköpfe bedeutet normal ok folge 1 new york folge 1 new york der abstieg machen wir jetzt gut prima wollen wir mal gucken hin drücke bereit um ein solospiel zu sterben hallo hallo hört man mich das mikro jetzt ein bisschen versetzt wir haben schon ein paar spieler gefunden sehr schön klasse wechseln gefragter charakter anpassen wir lassen das doch mal alles so haben die schon alle ready gedrückt spiel in gange getritt in 14 sekunden ja mann wir drauf bereit erste folge new york kapitel erstes kapitel abstieg auf normal spielen wir jetzt ich habe das mikro ein bisschen jetzt ein bisschen weiter weggestellt hintergrundgeräusche nicht so weit hört okay dann bei unseren homies hier nützt das schwer nicht so befreie die vorhalte von allen zombies starten wir hier schon ok interessant wo sind denn die ganzen players ohja fängt schon mal gut an das ist das hier mittendrin ist das hier mittendrin gut mit sind wir das das sind wir die Ja komm, Niedermützel Wo sind meine Homies? Die sind da oben, ich kenn mich hier Gehen wir mal nach oben Wo sind meine Homies? Kann ich nicht sagen, bevor Die sind da oben Oh mein, einer ist auf dem Boden Gehen wir mal nach oben Gehen wir mal nach oben Oh, Position Munition What the fuck Okay Läuft, läuft, läuft Läuft Ich hab meine Kopfhörer Oh ja, Defenses Oh Erstmal die Schütze aufstellen Maschinengewehr benutzen Dann gibt es hier Munition Und hier mal eine dritte Jetzt kann ich nur die Kettensäge Ja gut Komm, was geht's hier Kann ich jetzt nicht Ich hab noch Ich hab noch Ich hab noch Ja? Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Oh my Mein Gott, what the fuck, ey, das liegt hier aber auf dem Boden, ne? Nicht gut, nicht gut Wie kann man den Spielkamera ändern? Ja, das scheint hier ein bisschen live-cut zu sein Oh Oh, ich freu mich nicht mehr an, ich kriege mir mal weiter Oh, ich kriege dich rein, ich kriege mich jetzt Oh, ich kriege dich jetzt Over und Out? Oh Gott. Wir haben das Spiel. Später wollen wir, ok, weiter gehen Panzerfaust schwer, nehmen wir doch mal mit Ab in die U-Bahn, ich erreiche die U-Bahn-Station Befreie die U-Bahn-Station von den Zombies, ok Ja, hier habe ich den Kopf weggeballert Gut Nehmen wir mehr Nein Ok Sprech mit dem Zugführer Bringen wir die Vorwärtskiste und bringen sie zum Zugführer Ok Nehmen wir schwer, nehme ich auch Kettensäge Eeeh Eeeh Oh Digger No Oh Digger Ok Finde die Vorwärtskisten Ok, finde die Vorwärtskisten Eeeeeh Eeeh Luis Cubva Fünf Hm C Hai Hai Ha Hune Das war's. ok, finde Vorratskisten hier ist nichts hier unten müsste was sein da habe ich sie, da ist sie doch die Vorratskiste ich steige in den Zug ein ok, sammeln Zupas hey, geht haha, Kettensägenstile haha, Kettensägenstile nein, die Ziegen verboden nein, die Ziegen verboden ich steige in den Zug ich steige in den Zug und bring den Zugführer die Kisten oh, scheiße, die Kisten oh, oh, wir haben es geschafft gerade noch gerade noch guck mal so, die Videospenzen geschafft supi so Killer meist getötete Zombies 325 spitzi spitzi Killer meist exklusive Kill 20 Überlebenskünstler 375 läuft, Baby Revolverheld schwingen wir hier oh, jo wir haben was neues freigeschaltet kompakte Schrotflinte Sieg 300 Virusprobenbonus ok cool so Tonneblick ok ich hoffe es hat euch Spaß gemacht das war es für die Folge wir sehen uns beim nächsten Part haut rein, peace out, dich mal raus wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben Daumen nach runter wie ihr wollt Abo würde ich mich echt freuen Peace out, ich bin raus Ciao, ciao